Was haben diese ganzen tollen HIA-Geräte und viele, viele mehr gemeinsam? Sie sind alle inzwischen Smart Home-fähig, dank der HON-App. Aber was bedeutet das denn jetzt konkret für Sie, dass die Geräte Smart Home-fähig sind dank der HON-App? Bei diesem Weinklimaschrank zum Beispiel können Sie von unterwegs schauen, wie viel Wein Sie noch haben und welchen. Ja und wenn mal einer alle ist, einfach das Etikett scannen und dank unserer Kooperation mit Vivino eine neue Flasche bestellen. Diese Waschmaschine zum Beispiel können Sie von unterwegs starten, gucken wie lange sie noch läuft und wenn sie fertig ist, werden Sie benachrichtigt. Ja und wenn Sie mal ein Wäschestück haben, wo Sie gar nicht wissen, wie Sie das waschen sollen, einfach das Label abscannen und die App schlägt Ihnen das perfekte Waschprogramm vor. Auch für diesen Friendstore gibt es ganz tolle Funktionen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren in den Urlaub und unterwegs fällt Ihnen ein, Sie haben vergessen die Urlaubsfunktion zu aktivieren, den Holiday-Mode. Das können Sie natürlich mit der HON-App nachträglich machen, spart für Sie Energie. Das Weitere ist eine ganz tolle Funktion, wenn Sie einen Markt haben, in den Sie immer wieder einkaufen gehen, den können Sie bei der HON-App hinterlegen. Die HON-App erkennt das und beginnt jetzt schon mal, während Sie einkaufen, den Kühlschrank runter zu kühlen. Heißt für Sie, die Lebensmittel kommen bei der perfekten Lagertemperatur in den Kühlschrank und halten dadurch natürlich länger. Was gibt es noch? Die Funktion My Zone. Das ist hier unten ein spezielles Fach, wo diverse Temperaturzonen einstellbar sind. Ja, aber wissen Sie immer konkret, welche Temperaturzone für welches Produkt das Beste ist? Auch hier können Sie sich eine Empfehlung über die HON-App abholen. Mit den Smart Home-fähigen Geräten von HAYA und der HON-App ist unsere IoT Vision Wirklichkeit geworden.